Dieses hässliche Fußballstadion entdeckte ich heute auf meinem Minecraft City Build Server und als ich es weiter erkundete, fand ich diesen Spieler. Also ging ich aus dem Village und als er mich sah, platzierte er direkt ein Schild und fragte, ob ich ihm denn etwas helfen könnte. Demnach droppte ich ihm ein paar Baumaterialien und baute ebenfalls ein paar Blöcke. Nachdem wir dies aber fertigstellten, merkten wir beide, dass es nicht wirklich schön aussieht und demzufolge kopierte ich dieses riesige Fußballstadion auf sein Grundstück. Was er aber nicht weiß, dass er das Fußballstadion für nur 24 Stunden besitzt und pro Like er es für eine Stunde länger erhält. Da er außerdem so nett zu mir war, droppe ich ihm pro Follower jeweils den Blog, den der Top-Kommentar vorschlägt. Der Server ist Java und Bedwalk. Folge von mehr.